Musik 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 Bis zum nächsten Mal. We can do it 5-5 min Wir müssen 5-7 Puskir erst einmal die Pfanne mit 5-7 Puskir. Wir müssen 2 Puskir-2 Puskir geben. 3.5-3 Tamosas 1.5 Tb. 1.5 Tb. 1 Tb. 1 Tb. und hier mit einem Mixed Masala 1-2 Tablespoon 1 Tablespoon Lal Mish Powder 1 Tablespoon 1 Tablespoon Jetzt können wir die ganze Dinge gut machen. Jetzt können wir die Körlsen-Körner mit diesen Körlsen-Körner hervorheben. Körlsen-Körner haben wir hier ungefähr 9 bis 10 Minuten für diese Körlsen-Körner. Denn wir haben sie ein Beef-Körner für die Körlsen-Körner zu machen. Jetzt können wir eine Medium-Lehrung-Körner mit medium-Low machen. »Beatle« in diesem Video« Wir geben die Pfanne in die Pfanne. Wir geben die Pfanne in die Pfanne. Und dann, die Flamme auf und die Flamme auf. Dann, die Flamme auf und die Flamme auf. wir können hier mit Blatt aus Karten und die Platte aus Karten. Wir können hier mit Blatt und Blatt aus Karten. Das ist sehr einfach und einfach. Wenn Ihr Video gefallen hat, dann können Sie so ab und abonnieren. und share. Adela afez. latest uploads from our